Hallo, ich bin Philipp Schwethelm. Eure Nummer 33 und das sind meine 24 Sekunden. Meine Lieblingsnummer ist die 33. Mein Lieblingsteam sind die Dallas Mavericks. Das Spiel gegen die Türkei, wo ich dann im letzten Viertel einige Punkte erzielt habe und die weitergekommen sind. Mein Lieblingssport außerhalb des Basketballs ist Tennis und Eishockey. Me Master Avenai in Frankreich und Spanien. Das Schottenkostüm und alles andere überlasse ich eurer Fantasie.